Total leichtes Motorrad, total ungewohnt, dass man keine Kupplung hat, dass man nichts hat. Man muss nicht schalten, einfach Füße hoch und Gas geben an dem Ding. Gigantisch. Drücken Sie statt. Man muss sich natürlich noch an die Technik gewöhnen, das ist für uns. Drücken Sie statt. Und jetzt? Wer die Technik kapiert hat, geht es auch los. Der Auspuff ist ein wenig leise. Das ist ein bisschen abartig. Das Ding geht wie die Sau, an der durch total kacke Straßenverhältnisse draußen, wir haben vielleicht 2 Grad plus. Aber das Ding geht wie mit einem Gummiband, als die jemanden losschießen. Gigantisch. Brutal. Okay, also kann man schon mal so, just for fun. Just for fun, Weltklasse. Also das ist was ganz anderes, was wir jemals gehabt haben. Aber wie am Gummiband, als wären wir mit dem Torpedo losgeschossen. Brutal. Also, Biker-Live-Seil live dabei. Live mit Livewire. Ja, auch das Display, das ist schon hochinteressant hier. Grün. So, erster Gang rein. So, und los geht das hier. Brutal ungewohnt, ne? Das Ding. Brutal, ne? Aber geht wie die Sau. Aber geil, ne? Ist, also es ist witzig. Ich bin zwar nicht für Elektro, aber es ist echt witzig. Kann man mal so an einem schönen Sonntagnachmittag ausprobieren. Ganz gut. Total geil, ne? Ja, kann man lassen. Hat was, ne? Ja. Schwer. Ja, aber ich finde es total leicht, deswegen. Ja, das ist gut von. Das ist ja, wenn du so ein Gummiband. Ich bin kopflastig, aber ansonsten ist es geil. Ja, Barbie ist cool. Also, Kaffee?